heute was gehabt leute sonntag ist kalt motivation jetzt nicht allzu groß pokémon go zu zocken wohl eher let's go katsch oder juli kommt davon was ihr habt oder chillen filme schauen animes manga kapitel lesen ich habe da gerade einen krassen manga am start auf jeden fall motivation richtig low wer hat jetzt schon bock rauszugehen zum zocken es gibt immer noch die hardcore breine aber allgemein vor allem bei mir wisst ihr die motivation in letzter zeit nicht mal ganz so hoch das könnt ihr natürlich ganz leicht ändern in dem ihren leiten kommentar und abo hinterlassen aber spaß beiseite wobei ihr könnt das natürlich trotzdem machen ich habe einen interessanten artikel post auf reddit entdeckt der sich mit dem thema medaillen befasst und wie man die interessante machen könnte ja es gibt viele ziele im spiel dann 40 werden pokédex voll machen alles schein ist alle 100 einmal alles auf max buschheim manche aber auch mehrere ziele gleichzeitig manche wollen einfach nur zocken aber medaillen sind auch ein großes ziel von vielen alle medaillen einmal auf gold machen mit dem ziel habe ich sogar schon angefangen ende 2016 also so lange ist es schon her und für eine zeit lang war es auch ein cooles ziel aber wenn man das jetzt so rückblickend betrachtet war das eigentlich zeitvoll die zeitverschwendung weil erstens hat sie überhaupt nichts gebracht zweitens hat man das automatisch jetzt gefüllt weil die ebenso anspruchslos sind und kriegt keine ahnung zum beispiel gold medaille für feuer pokémon fangen bei 200 gefangenen pokémon und ich habe jetzt einfach 5000 und zweitens gab es einfach nichts dafür am anfang gab es dieses verrückte gerücht wenn du alle gold medaillen voll hast dann gibt es den zweiten endlosen inkubator aber wir wissen das vollkommener schmarrn auf jeden fall hat der kollege hier auf reddit eine interessante ja nicht theorie wunsch seine idee wie er endlich das mit dem medaillen interessanter machen könnte also bevor wir anfangen schreibt um die kommentare ob ihr auch gold medaillenjäger seit oder ob ich das eher nicht so juckt aber auf jeden fall es gibt zwei schritte erstens was höheres als gold ich hab's ja gerade erwähnt gold ist richtig anspruchslos und da hatte ich auch öfters kommentare wo leute fragen ob ich denke dass es irgendwann erweitert wird sowie level erweiterung ist ja eigentlich dasselbe irgendwann hat man halt das limit erreicht und man will halt mehr was einen mehr fordert dass dann da zum beispiel platin und dann diamant oder sowas kommt die sache mit platin und diamant und so das problem ist halt viele leute sind halt hobby spieler casuals auf englisch die nehmen das ganze nicht ganz so ernst und das wird die natürlich sehr abschrecken wenn die da sehen diamant 10.000 gefangene oder sowas die würden das halt dann gar nicht erst versuchen so ein psychologischer aspekt dass wenn man denkt dass man es gar nicht schaffen kann dass man das dann gar nicht erst versucht wenn die sehen okay ich schaffe das nie auf maximum dafür gibt es aber eine andere lösung und zwar endlich macht ja auch ingress und in ingress gibt es zum beispiel für die letzte stufe verschiedene stufen das wäre dann zum beispiel gold stufe 1 2 3 und 4 und 5 oder sowas oder man könnte auch sagen gold stern 1 oder sowas gold zwei sterne gold drei sterne vierfach gold und sowas hätten die leute immer noch gold in ihrer statistik okay ich habe das auf gold und die die sich mehr reinsteuern wollen ja die sind dann gold fünf sterne oder sowas gold level fünf zweiter punkt um das ganze interessanter zu machen belohnungen irgendein grund wieso man das machen sollte außer für sich selber das habe ich glaube ich auch irgendwann schon angesprochen menschen machen nichts für sich selber an sich die machen nur was wenn sie irgendwie was dafür bekommen wie so ein hund der dafür ein guti bekommt nur dann machen die menschen das aber für sie selber so ein ziel setzen das machen nur die wenigsten und deswegen gibt es auch nur so wenige hardcore klasse spieler aber wenn es einen anreiz gibt ja dann interessiert das mehr spieler dann würden das mehr spieler machen und hat der kollege vom post sehr interessante ideen gehabt wo ich mir das durchgelesen habe und dachte ja so werde ich das unterschreiben so will ich das echt feiern ja dementsprechend auch das video hier und dazu mache ich erstmal mein spiel an okay ich habe jetzt mein spiel angemacht damit wir uns nebenbei die medaillen anschauen können als erstes hat er die jogger medaille die kriegt man bei 1000 auf gold und ich habe fast 8.000 nächste stufe sage ich mal könnte man auch 10.000 machen und dann 100.000 ich war nicht 100.000 aber 10.000 auf jeden fall und da ist ein vorschlag als belohnung als bonus eine kleine chance muss ich immer sein immer wäre natürlich übertrieben aber eine kleine chance dass dein buddy beim laufen für die kilometer ab und zu mal zwei bombons findet den bad gab es früher glaube ich schon mal ich weiß nicht ob es nur ein anzeige fehler war aber hatte ich auch schon mal dass es zwei angezeigt hat ja fand ich auf jeden fall eine coole idee ich höre die jogger medaille bist du höher die chance irgendwas zu bekommen wenn man läuft wenn man joggt macht eigentlich sind das gefällt mir jetzt nicht so also er hat regionale medaillen höhere chance von der region irgendwas selteneres zu fangen ist okay und dafür die kollektor medaille die sammler 152.000 übrigens höhere chance auf den shiny jetzt bei let's go evoli und pikachu ist es halt so wenn man den pokédex voll hat dann kriegt man diesen schiller pin könnte man auch so machen dass zum beispiel jetzt für kanto oder so wenn man kanto voll hat dann hat man eine höhere chance kanto pokémon als shiny zu bekommen natürlich nicht übertrieben höher genau wie der schiller pin etwas höher also bei den punkten würde ich einfach umdrehen und wie höher das hier desto höher die chance paar seltener pokémon zu finden nächste medaille entwickeln übrigens durch dieses video hier könnt ihr auch meine medaille mal wieder sehen was eigentlich nicht so schlau ist weil ich habe demnächst vor noch ein medaillen update zu machen aber egal nächste medaille entwicklungsmedaille kleiner vorstelle von ihm mehr ep beim entwickeln nicht viel allein 25 ep pro entwicklung oder sowas würde schon ausreichen dann brüten zum beispiel natürlich vielleicht paar bonbons mehr oder bisschen mehr sternstaub wenn man brütet pokestops kann man sich denken vielleicht ein zwei items mehr mal ab und zu mal aus dem pokestop wenn man einen stopp dreht gibt es ja auch bei allen wenn man die auf gold hat dann gibt es mehr items draus könnte man hier halt auch einführen wie höher die medaille für pokestops drehen ja desto mehr items kommen raus dann zum beispiel kämpfen dass man da ein bisschen mehr schaden macht in kämpfen ja die trainiermedaille können wir vergessen trainieren ist tot für die sachen jetzt die katschuh ratfratz und karpador hatte auch zwei ideen aber die haben ja nicht so gefallen zum beispiel für ratfratz das kommen also häufige pokémon mehr staub geben oder sowas finde ich nicht gut oder karpador dass dann karpador weniger bonbons kostet zum entwickeln die idee fand ich jetzt auch nicht so gut da kann man sich sicher besseres einfallen lassen aber nächste medaille die fand ich wieder gute idee und zwar bärenmeister heißt es glaube ich auf deutsch also auf englisch heißt es bei master höhere chance auf dem bonbon beim füttern ganz einfach eine coole einfach idee mehr items aus den geschenken zum beispiel tauschmedaille zum beispiel dass dann die staubkosten beim tauschen ein bisschen geringer werden zum beispiel nicht unbedingt extra bälle dass wir übertrieben aber mehr staub mehr ip mehr items und für die kognito zum beispiel ist ja das event pokémon aushängeschild dass dann keine ahnung irgendwas mit events events bei uns passiert gegeben mehr staub mit mehr ip mehr bonbons oder sowas und das war ein bisschen häufiger wobei individuelles bonds die häufiger spawn das schwer umzusetzen ja das ist schon mal eine schlechte idee aber ja das ist halt zum beispiel ein bisschen merke wie gesagt hier die medaillen 200 und ich habe 7000 und ist auf gold bei 200 geht schon auf gold naja was soll man sagen ja auf jeden fall das war's mit diesem video und diesen interessanten artikel fand ich sehr gut ich habe eine medaille übersehen pikachu medaille höhere chancen starter pokémon zu fangen wir wissen starter pokémon immer sehr zickig sehr schwer zu fangen eigentlich meistens immer rot für den cd wird das sogar runtergeschraubt nur damit die leicht am ball bleiben damit die leute nicht so frustriert sind also das ist auch eine coole idee aber schreibt in die kommentare wie ihr die idee findet und ob ihr euch über sowas freuen würdet und natürlich ob ihr medaillen jagt wenn ja welche medaille fehlt euch noch ihr habt meine gesehen aber das war's von mir immer liken subscribe kommentieren check die anderen videos ab folgt mir auf instagram facebook twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon ist serious business bark b b b b b